Hier unten rechts an dem runden Ding bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, es gilt. Aus meiner Sicht ist es nicht mehr interessant über Corona zu sprechen. Das ist durch. Jetzt hilft es nur die Quittung mit dem Kreuz auf dem Wahlzettel zu machen. Und hier ein rotes Kreuz. Denn was die Demo gezeigt hat, ist doch, dass wir eine völlige Umdrehung der Verhältnisse sehen. Die Antifa, die früher gegen Demokratiefeinde gekämpft hat, kämpft jetzt gegen Demokratiefreunde. Die Basis als Partei, es will ja Basisdemokratie ein urlinkes Anliegen sozusagen. Und Kritik an der Pharmaindustrie ist eigentlich ein urlinkes Anliegen. Und die Antifa kämpft gegen die Kritik an der Pharma- und Impfindustrie. Also völlige Pervertierung der Verhältnisse. Also hier nochmal, das ist unser Wahlkreuz. Hier unser Wahlkreuz. Kann man nochmal ganz anschauen. Hier so, so. Wie machen wir das letztendlich? Ja, ich meine, Sie sehen ja nur einen Ausschnitt. Aber so müsste es doch gehen, ne? Ja, also, das heißt, wir leben in einer völlig verkehrten Welt, ja? Wie das einer auf einer Rede auch gesagt hat, ja, wir kämpfen doch für mehr Demokratie, ja? Also die Antifa erweist sich als faschistische Gruppierung, die gegen die Demokraten kämpft und gegen die linken Kritiker an den Pharmakonzernen und so weiter. Ja, und dann in der Playlist Nummer 4 am Ende, wie immer, von dem Sender News und Talks für, soll jetzt dann auch eine Sendung von Focus sein über die Demonstration in Leipzig. Und das war nicht so extrem schlimm wie sonst, deswegen ist die da mal drin. Da war nur so ein leichtes Schieben nach rechts zu verspüren in dieser Sendung. Der Versuch, also quasi etwas, was eigentlich leicht links, also Mitte mit dem Schuss links ist, versucht man nur dezent bei dem Focus Online sozusagen wegzuschieben in die rechte Ecke. Aber da sieht man diese, das wird eben die Gefahr sein, dass Leute, die mehr Demokratie wollen, jetzt plötzlich nach rechts geschoben werden, ja? Wobei rechts ja eher für weniger Demokratie steht, ja? Also die Rechtsextremen wollen ja die Demokratie völlig abschaffen, ja? Und also von daher ist das, wir haben die Umkehrung aller Verhältnisse. Ja, ansonsten mit allen Parteien sind wir ja jetzt in Kontakt. Ich weiß nicht, also ob es noch Kruse gibt. Also die Basis, wir 2020 in zwei Varianten, das sind drei Parteien. Ich weiß gar nicht, ob es noch neue Parteien gibt. Aber mit den dreien haben wir jetzt sozusagen, beginnen dann oder werden intensiviert, intensiviert dann wohl jetzt die Gespräche. Und ja, also. Ja. Dann kommt jetzt aber ein Problem natürlich. Ja, ich gehe gerade mal auf unsere, da sind sie jetzt gerade bei der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Unsere wissenschaftlichen Tagesthemen, unser wissenschaftliches Heute-Journal heute. Ja, Parteienfusion ist die Frage. Und ein großes Thema stellt sich. Ich glaube, dass der eine oder andere in dem Traum sich befindet, dass man mal eben mal schnell eine Partei macht und dann gleich brillante Reformen hinkriegt, so auf die Schnelle. Also ich muss sagen, unsere Professoren vom Weltrat, von den Next Scientists for Future, haben dafür nicht ohne Grund 52 Jahre gebraucht, weil es eine hochwissenschaftliche und höchst wissenschaftliche Aufgabe war, das Rätsel der Menschheit zu knacken, ob die Menschheit und wenn ja, warum die Menschheit so schrecklich leiden muss. Ja, und das Ergebnis war ja, sie muss schrecklich leiden. Das ist ungewöhnlich für die Evolution, dass eine Art so schrecklich leiden muss. Und ja, es gibt Lösungen dafür und die hat man in 52 Jahren gefunden. Und jede Partei, die jetzt meint, sie könnte das ohne den Weltrat und ohne die Next Scientists for Future, ohne Experten hinkriegen, die wird sich irren, denn jede Partei wird dann ohne diese Experten 52 Jahre brauchen, bis sie auf den gleichen Stand kommt. Und das wird nicht klappen. Also das selber entwickeln, da brauchen sie 52 Jahre und dann brauchen sie ja dann ja nicht nur einen Querschnitt der Bürger, der das entwickelt, sondern sie brauchen die besten Wissenschaftler der Erde, die ja dann in der Partei keine freie Hand haben. Denn ich glaube schon, dass es nicht anders gehen wird, dass Top-Wissenschaftler Reformen entwickeln und die Basis dann darüber abstimmt. Aber von der Basis zu verlangen, dass die Basis die Arbeit von 52 Jahren in ein paar Wochen alleine schafft und Top-Reformen entwickelt, ohne Experten, daran glaube ich nicht. Ja, denn ich weiß, wie viel harte Arbeit das war, sozusagen überhaupt so weit zu kommen in der Erkenntnis. Und das hat so viele Fallstricke. Ja, und deswegen ist eigentlich das richtige Verfahren, kann immer nur sein, hier die Top-Berater zu hören. Ja, also hier, was haben wir? Bis jetzt sind gesammelt rund um diese Parteien ja letztendlich dreieinhalb Gruppierungen. Economy4Mankind.org, eng verbunden mit Lösungen.jetzt, dann die NextScientists4Future.de und die Gemeinwohlökonomie, obwohl sie bis jetzt nur durch Referate, durch die NextScientists vertreten sein kann, weil man nicht weiß, ob die so linksradikal sind, dass sie vielleicht einer Partei, die Mitte mit einer Prise links ist, mit einer bodenständigen links- und einer Bodenhaftung, ob die da vielleicht gar nicht beraten wollen. Aber dann sind sie halt auch abgehängt, dann spielen sie keine Rolle mehr in der Gesellschaft. Also es geht, das ist nochmal unsere ganz klare Empfehlung an alle drei Parteien oder an alle neuen Parteien, es geht darum, die neue Volkspartei der Mitte mit einer Prise links-Lastigkeit ganz klar zu positionieren. Deswegen ja auch hier dieses rote Kreuz, ja, denn sozusagen die Lösung liegt, Mitte mit einem Prise bodenständigen links-orientiert sein. Man sieht das ja in unseren Sozialreformen, null Arbeitslosigkeit, null Obdachlosigkeit, endlich eine echt soziale Gesellschaft und nicht eine Gesellschaft, an der sich bestimmte Kasten, bestimmte Sparten, wie die Sozialsparten, die Kasten der Arbeitsamtmitarbeiter, die Kasten der sonstigen Behörden sozusagen Karriere macht und sich bereichert an dem Elend einer riesigen Parallelgesellschaft der Abgehängten, der Ausgegrenzten und der Verwahrlosten, die sich auf dem Abstellkreis dauerhaft befinden. Ja, das wollen wir ja beenden und nur das ist soziale und echt linke Politik und pseudolinke Politik ist die von Sozialsparten, die in erster Linie Ideen aufbringen, die ihnen selber nutzen. So Ideen wie bedingungsloses Grundeinkommen oder Hartz IV zu erhöhen oder so Ideen wie Mindestlöhne und Tariflöhne und Gewerkschaften über alles. Das sind alles Ideen von Sozialspartlern, denn diese Ideen führen alle dazu, dass das Heer, die Parallelgesellschaft, der Ausgegrenzten, der nicht mehr in die Gesellschaft hineingelassenen, also Tariflöhne, sind das Symbol für die Ausgrenzung aller Mitarbeit, aller Menschen, die nicht pro Stunde dieses hohe Niveau eines Tariflohns bringen können und alle anderen werden dann ausgesondert von der Gesellschaft, sozusagen. Schluck Wasser. Also echt soziale und echt linke Politik ist die Politik, die jeden Menschen wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückholt und von den beiden Zangenköpfen, mit denen die Leute festgehalten werden in der Verwahrlosung, befreit wird, nämlich von dem zu wenig Helfen der Behörden und dem zu viel Verwöhnen, was beides zusammen die Leute in der Situation der Ausgegrenztheit, der Parallelgesellschaft, der Menschen auf dem Abstellgleis festhält. Und die richten sich dann angesichts der Verwöhnung dann halt dann auch ein darin und da sie ja ständig auch erleben, dass diese ganzen Behörden, diese Sozialspartler ihnen gar nicht helfen und dann richten sich die Leute halt dann in der Ausgegrenztheit, in der Abgehängtheit aus, regelrecht ein, ja, und deswegen muss man immer darauf achten, dass die Sozialsparten nicht bewusst, sondern aufgrund von Vorteilbringenden Irrtümern mit Verwöhnung und mit Nicht-Helfen die Leute in der Not festhalten, weil das sind ja ihre Kunden, und die wollen ja ihre Kunden behalten. Daran sieht man allein schon an diesem Thema, was ist echte linke Politik und was ist Pseudo-linke Politik, was ist echte soziale Politik und was ist unsoziale Politik, da sieht man, wie enorm schwierig dieses Thema ist und das, mit all diesen Fallstricken klar zu kommen oder sind NGOs, ja, solche solche Umweltverbände oder Armenhilfe oder Hungerhilfe, sind das gute Organisationen oder schlechte Organisationen, kapitalistische Organisationen, die nur die Bevölkerung abzocken wollen und so weiter, ja, alle solche Fragen, dafür brauchen sie 52 Jahre Wissenschaftserfahrung und wissenschaftliche Arbeit daran, bis sie kapieren, wie kompliziert das alles ist, und von daher, ja, und jetzt gehen wir nochmal hier weiter, also, die neue große Volkspartei verbessert die Politik der Grünen, der SPD und von CDU, FDP, keine Spur von der Linken, der Werteunion und der AfD, Punkt, ja, also kein, keine Gespräche, abwehrte Union, alles, was so ein bisschen bräunlich aussieht, Finger weg, nicht reden mit, ja, denn für uns als vernünftige, realistische, bodenständige, naturwissenschaftliche, echte Linke, gibt es keine, würde es, also für uns zumindest als Experten, gibt es keine Gespräche mit Werteunion und allem, was noch bräunlicher angefärbt ist als die Werteunion, da ist für uns Schluss, weil da ist dann nicht mehr viel mehr Demokratie, nicht mehr viel mehr soziale Politik, sondern da beginnt schon der Bereich des Unsozialen und, ja, und der falschen Vorstellungen über die Gesellschaften. Ja, also, mal gucken, vielleicht kommen ja noch Experten dazu, aber das scheint so der Kreis zu sein, dem wir, ja, also, zumindest zu diskutieren über die Konzepte der Gemeinwohlökonomie anhand von Referaten, diskutieren über die Konzepte von Economy for Mankind und Lösungen jetzt und diskutieren, sehr gründlich diskutieren über die Reformen der Next Scientists for Future, dann kann das, kann das eine Top-Volkspartei mit 20% kommen, ich erinnere noch mal dran, dass die Next Scientists for Future in ihrer, in einer Testwahl ja 56% hatten und wenn wir jetzt nochmal hier hingehen und hier nochmal auf die Homepage gehen, also, das Neueste ist also nochmal die Homepage, also, es geht ja so, zum Beispiel, jetzt mach ich mal hier so, dann können Sie hier oben draufklicken, sind Sie wieder am Anfang, dann gehen Sie hier auf Stellungnahme oder erst mal gehen Sie hier auf Weltrat der Weisen, so können Sie sich ja durch alles durchklicken, dann gehen Sie wieder zurück auf Stellungnahme, dann können Sie sich zum englischen Teil durchklicken, können Sie auf Kontakt gehen, dann finden Sie hier die Links, hier steht dann bei Weltrat der Weisen alles privat, da steht dann im Moment, ich lese nochmal vor, alles privat wegen kriminellen Belästigern, stattdessen Forum öffnen, also die Videos mit den Professoren sind jetzt also nicht mehr so leicht und direkt zugänglich, weil es so viel kriminelle, rechtsextreme und linksextreme Belästigungen der Professoren gab, dass die regelrecht Angst bekommen haben und jetzt ist deswegen und man kommt dann deswegen hier aufs Forum, aber aufs Forum kommt man dann auch, wenn man dann zum Beispiel hier wieder auf Stellungnahme geht, findet man hier jetzt immer neuester Stand, da hat man dann also immer hier alles über die Entwicklung, was wird jetzt mit die Basis mit den zwei Varianten von wir 2020, Eber-Rusen und ja, und wird das jetzt die hochkompetente Volkspartei der Zukunft oder was wird da draus und ja, und wie gesagt, das Kooperationsangebot an die Fridays for Future ist ja eingefroren, liegt auf Eis sozusagen, weil uns natürlich diese Parteien oder die eine neue Großvolkspartei ja tausendmal lieber wäre jetzt als Partner, als eine so chaotische Organisation, bei der man nicht weiß, ist sie jetzt eher rechts, also bei den Scientists for Future sind wir ganz sicher, die sind ja eher rechts von uns, weil sie den Kapitalismus ja eben nicht beenden wollen und und die Fridays for Future, sie sind wohl ziemlich gespalten zwischen rechten Leuten, die den, ich habe es ja auch erlebt, bei den Students for Future an der Uni Köln, da war die Mehrheit von der Stimmung her, das habe ich ja gemerkt, als ich geredet habe dort, auch dieser Frank Schätzing, den sie eingeladen haben, das war verglichen mit uns ein Rechter, ja, Kapitalismus belassen und so weiter, ja, also überhaupt kein Problembewusstsein gegenüber diesem mörderischen Raubtierkapitalismus, das sind rechte Positionen und die Mehrheit dieser Students for Future war eindeutig rechts, ja, also von daher wissen wir auch gar nicht, ob Fridays for Future eher eine rechte Gruppierung ist oder ob die, also ob da nur die Antifa mitläuft aus Alibi-Gründen und so weiter wissen wir nicht, also auf jeden Fall erzkonservativ eher rechts, jedenfalls verglichen mit den Next Scientists for Future ganz deutlich eher rechts die ganze Bewegung und dann ist man natürlich froh, wenn man mit denen nicht zusammenarbeiten müsste, na, gut, aber wie gesagt, das ist noch nicht endgültig vom Tisch, das kommt ja auf die Parteien jetzt drauf an, ja, also, diese Experten bringen, bringen diese 52 Jahre Expertise mit und diese jetzt, wenn die Basis, das basisdemokratische Prinzip jetzt quasi, diese immer wieder befragt, die erfahrenen Experten und immer wieder sich die gegenseitigen Argumente, warum die jeweiligen Konzepte, die anderen für nicht zielführend halten, für Irrtümer halten oder für, ja, also sozusagen diese, wenn sie, wenn die Basis demokratischen Prozesse sozusagen so ein gegenseitiges Falsifizieren dieser Richtungen auslösen und dann danach darüber abstimmen, dann besteht die Chance, und dass die auch, dass dann auch 56% zum Beispiel sich für die Konzepte der Next Scientist for Future entscheiden könnten, wie das ja in dieser simulierten Bundestagswahl geschehen ist, ja, ja, und damit sind wir eigentlich, ja, beim Tagesthemen nochmal, also, am Ende ohne eine Fusion wird es schwierig, wenn die Prominenz sich nämlich aufteilt auf verschiedene Parteien und sich die Prominenten gegenseitig die Aufmerksamkeit wegnehmen wegen nur mikromaler Unterschiede, dann wäre das tragisch, ja, ja, also von daher, erster Schritt ist getan, die Basis ist, hat für sich gewinnen können, Rainer Füllmich und Viviane Fischer, die Promis vom Corona-Ausschuss, mit Frau Fischer hatte ich ja stundenlang geredet, mit Herrn Füllmich hatte ich ja, hatten wir ja den Termin zwölf, anderthalb Stunden, die zweite Hälfte auf eine Stunde siebenvierzig, zweiundzwanzig, was ja Pflicht ist, das zu schauen und ich habe ja eben gezeigt, das findet man ja alles, man muss ja nur auf die Homepage immer gehen, man muss auf Stellungnahme klicken und dann kann man hier neuester Stand, man kommt auch direkt dahin, indem man ein bisschen runterzieht, neuester Stand und da finden Sie immer den neuesten Stand, nämlich da finden Sie die neueste Information und die Links, die ganzen Sendungen, die schon gelaufen sind über Reformen, ja, und das ist ja jetzt egal, ob das jetzt nun Beratungen von wir 2020 sind oder das kann ja jede Partei nutzen, jetzt kann, jede Partei kann ja diese zur Grundlage ihrer Diskussion machen und kann dann die nächsten Termine mit dem, mit den Experten ja so gestalten und meine Empfehlung ist wirklich ruhig, ruhig zu jeder Frage, zu jeder Reform immer ruhig alle drei Experten zu befragen und wenn es bei der Gemeinwohlökonomie nur in Form von, sozusagen in Form von Referaten über die Gemeinwohlökonomie ist, aber wir von den Next Scientists for Future können auch durchaus sachlich und distanziert darüber referieren, wie da das Lösungsmodell der Gemeinwohlökonomie mit ihrer Gemeinwohlbilanz aussehen würde. Schluck Wasser. Ja, also hier finden Sie also wie gesagt alles und ja so dann schauen wir noch mal hier also Ja, ich denke ohne eine Fusion wird man sich gegenseitig zerstören als Parteien weil Zerstörung heißt wenn alle drei Parteien 4,9% oder wenn alle Parteien 4,9% kriegen dann schafft es nicht eine 20% zu kriegen denn 20% die 56% der Next Scientists for Future werden ja nicht in der ersten Wahl realisierbar sein sondern erst in der zweiten oder dritten also werden wir sozusagen müssen wir mit 20% zufrieden sein in der ersten Runde sozusagen ja und dann bin ich gespannt wie die weiteren Verhandlungen laufen werden und ob unser Rat befolgt wird nicht zu versuchen das Rat selber neu zu erfinden sondern von den 52 Jahren dieser Top Berater ja dieser Top Berater zu profitieren sodass dann die beiden Varianten von wir 2020 und die Basis als Partei irgendwann zusammenfinden und von uns aus kann gerne noch ein Top Berater dazu kommen ja aber das sind schon mal die die jetzt anstehen und zum Beispiel die Postwachstumsekonomie das sind so Sachen die die wir gerne mit als Diskutanten da am Tisch haben aber die wir jetzt nicht empfehlen können weil sie so weit von der Realität entfernt sind es gibt so viele Konzepte und wir haben sie alle geprüft und da blieben eigentlich nur Gemeinwohlökonomie diese drei übrig und diese vier bis drei übrig und aber gerne diskutieren wir auch mit anderen die die Parteien für Experten halten und versuchen dann klarzumachen warum es keine richtigen Experten sind so ja also zwei Varianten von wir 2020 und die Basis die Basis liegt vorne mit den Prominenten und jetzt bitte alles fusionieren ja das war es doch schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute tschüssi bis bald